Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar Montag, dem 12. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir schauen heute gleich mal wieder auf den FX-Markt, der sich zu teilen schon dynamisch zeigt. Und da fällt insbesondere der Euro gegenüber dem australischen Dollar auf, der hier heute mit einer eindrucksvollen Kerze bislang, wenn man den Tag von seiner Jugendhaftigkeit betrachtet, daherkommt. Und dies heißt oder deutet eben, wie die Headline ja auch schon sagt, darauf hin, dass wir ein neues Mehrmonatshoch gesehen haben, beziehungsweise sehen, das schauen wir uns jetzt mal direkt im Wochenschart an, um mal ein Stück weit zu eruieren, was denn nun hier beim Euro gegenüber dem australischen Dollar abläuft. Wir haben die Tatsache, dass hier der Bereich um 1,45 direkt auf Basis des Wochenscharts hier bis ins Jahr 2015 zurückgezogen. Ein Level ist, das hier unlängst immer wieder für Support sorgte, die Nachfrage überwog und an jedes Mal wurde das Währungsbau buchstäblich aufgefangen. Insbesondere auch sehr interessant hier dann seit den letzten Wochen, also hier vom Juli ausgehend, gab es dann eine mehrfache Testphase. Und ja, die wurde bislang hier erfolgreich bestritten, denn Sie sehen, und dann gehen wir mal ein Stück weit raus aus dem Chart, dass die generelle Erholungswelle seit Ende 2012, hier skizziert durch eine Aufwärts-Trendlinie mit mehreren Berührungspunkten, praktisch unterbrochen wurde. Es schien so, als würde der Euro hier auf eine neue Talfahrt absinken wollen, aber nein, es geschah nicht. Vielmehr gab es hier einen leichten Dippen, Rücksetzer als solches und seither eine Seitwärts-Konsolidierung während der letzten Wochen. Und ja, jetzt sehen wir hier sehr schön die aktuelle Handelswoche noch sehr, sehr jung, aber eben über den Hochs der letzten Kerzen, insbesondere hier, wenn wir bis in den Juli, Anfang Juli, Ende Juni reingehen, sehen wir, dass wir hier auf ein neues Hoch ausgebrochen sind. Und das ist einfach mal technisch gesehen eine gute Indikation für weiter steigende Preise und dazu jetzt mal in den Tagesschart. Auch hier hätten wir die Einschätzung, dass Euro-Australdollar sich so ein Stück weit zwischen 1,49 und 1,45 einpendelt. Bei einer der letzten Analyse und ja, nahezu vortrefflich dieser Ablauf, es kam ja auch dazu, dass wir hier Ende August es nicht schafften, nochmal hier die 1,49 zu brechen nach oben, aber das ist die heutige Tageskerze, das ist die Sonntagseröffnung. Wir sehen, jetzt passiert hier doch einiges. Und mit dieser heutigen Tageskerze muss man unterstellen, dass der Euro-Geging und dem Australdollar hier durchaus das Potenzial hat, in Richtung 1,52 etwa anzusteigen, 1,52,30 im Ideal. Das ist hier auf jeden Fall eine Situation, die den Markt hier beflügeln dürfte. Technisch gesehen sieht das wie gesagt ganz gut aus. Und es deuten sich eben auch Leitzinsentscheidungen weiter in Australien an. Das heißt, wir sind hier noch nicht am Zinssenkungsende in Sachen Zyklus, genauso beim Australdollar. Das ist eine Situation, die hier den Australdollar ein Stück weit schwächt. Beim Euro ja letztlich alles klar, hier wird natürlich auch mehr verwässert denn je. Aber die Lage dahingehend durchaus konstruktiv für die technische Bewegung, die sich hier eben anmaßt. Den Vorteil, kurzfristig zumindest auf Seiten des Euros zu sehen, die Leitzinsdifferenz spricht natürlich unverändert für einen starken Australdollar. Aber das ist jetzt hier technisch gesehen auch definitiv erstmal in den Hintergrund gerückt. Für den Fall, dass der Euro-Geg mit dem Australdollar noch ein Stück weiter ansteigt, wären mögliche Pullbacks hier auf jeden Fall Kaufchancen. Also wenn es nochmal einen Rücklauf geben würde in dem Bereich 1,49, dann ist das im Prinzip eine sehr, sehr gute Voraussetzung für einen möglichen Impuls, der hier weiter steigende Preise zulassen dürfte. Das, wie gesagt, hier die kurzfristige Einschätzung. Wir schauen uns auch mal die Saisonalität an. Nicht direkt zum Euro gegenüber dem Australdollar, aber zum Australdollar gegenüber dem US-Dollar, der Major-Währung schlechthin. Und da sehen wir, der September ist durchaus mit einer schwächeren Tendenz, mit einer schwächeren saisonalen Tendenz gekennzeichnet. Und das deutet im Prinzip auch darauf hin, dass wir den aktuellen Ausbruch, oder das Währungsparfiel mehr, den aktuellen Ausbruch weiter fortsetzen kann. Und kurzfristig bleibt das Ziel 1,52. Warum? Auch das ist leicht erklärbar. Wir haben hier die Trendlinie, diese Abwärts-Trendlinie, hier seit dem Hochpunkt vom Sommer des letzten Jahres, hier vom August auch ausgehend, mit mehreren Auflagepunkten. Wunderbar. Da wird sich dann hier letztlich entscheiden müssen, zwischen 1,52, 1,52, 50, wie es weitergeht, und ob der Euro hier vielleicht sogar einen richtigen Ausbruch nach oben vollziehen kann. Das bleibt mal abzuwarten. Kurzfristig auf jeden Fall bullisch. Und das sollte heißen, hier der Euro im Vorteil. Einzige oder einziger Wermutstropfen, wenn das Währungsparfiel zu stark zurückkommt, insbesondere hier diese Powercandle aus der letzten Woche, wenn diese relativiert werden würde, und da darf man durchaus davon ausgehen, wenn es Preise hier unter 1,47,50 gäbe, dann wäre sicherlich hier der Startschluss erteilt für einen nochmaligen Test der Marke von 1,45, 1,44. Das würde dann praktisch hier eine solche Preisbewegung unterstellen. Das zum Euro gegenüber dem Australdollar. Letztlich eine recht interessante Ausgangslage. Morgen und übermorgen, meine lieben Zuschauer, das gleich als Info, wird das JfD-Devisenradar entfallen aufgrund der IB Days in Frankfurt. Das nächste Devisenradar als solches findet erst wieder am Donnerstag statt, in der Früh. Auch das Devisenradar-Webinar als solches am Mittwoch wird entfallen. Denn dazu geht noch eine Mail an alle Kunden raus. Ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal viel Erfolg. Bei den IB Days, wie gesagt, ist der im Stream verlinkt oder auch in diversen Artikeln. Können Sie sich kostenlos anmelden. Hier einfach teilnehmen an wirklich einer Armada an Vorträgen von Experten, von Tradern, von sogar Motivationsexperten oder auch Zeitmanagement-Koryphäen. Also gibt es richtig viel zu sehen und das kostenfrei lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich unser Live-Trading-Event am Mittwoch, sicherlich ein Highlight, wo fünf Trader versuchen, die Rendite des Tages zu erwirtschaften. Und insofern will ich es auch belassen für den heutigen Clip hier an dieser Stelle. Wie gesagt, wir sehen, hören uns auf den IB Days in Frankfurt bzw. online von ihrem TV aus. Aber spätestens das Devisenradar am Donnerstag dann wieder für Sie da. Dann sage ich bis dahin beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.